Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern mit gesprochenen Untertiteln. Thema Gleichstellung – Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen Die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ist für die Stadt Bern ein wichtiges Anliegen. Die Stadt Bern möchte Rahmenbedingungen schaffen, damit Menschen mit Behinderungen ihr Leben selbstständig gestalten und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Dies geschieht durch die Beseitigung von Hindernissen, den Abbau von Vorurteilen und den aktiven Einbezug von Menschen mit Behinderungen. Ziel ist es, Gleichstellung in allen Prozessen der Verwaltung und in allen Lebensbereichen zu verankern. Welche sind die Aufgaben der Fachstelle? Die Stadt Bern besitzt seit 2010 eine Fachstelle für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Die Fachstelle fördert die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, indem sie Anliegen von Menschen mit Behinderungen und deren Organisationen entgegennimmt und weiterleitet, indem sie die Stadtverwaltung sensibilisiert und berät, indem sie Stellungnahmen und Vorlagen zu Gleichstellungsfragen erarbeitet, indem sie den Austausch mit Organisationen und Behörden pflegt. Was bietet die Fachstelle an? Die Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen steht ihnen zur Verfügung, wenn sie Wünsche oder Verbesserungsvorschläge an die Verwaltung der Stadt Bern haben, wenn sie in der Stadt Bern auf unnötige Hindernisse stoßen oder sich diskriminiert fühlen, wenn sie Fragen rund um das Thema Gleichstellung haben. Die Fachstelle leitet ihre Anliegen an die zuständige Stelle weiter. Die Fachstelle kann auf Wunsch auch vermitteln, wenn andere Verwaltungsstellen der Stadt Bern betroffen sind. Spezialisierte Beratungsstellen Die Fachstelle macht keine Sozialberatung für berufliche, finanzielle, sozialversicherungsrechtliche und persönliche Fragen. Hierfür gibt es spezialisierte Beratungsstellen, zum Beispiel die Beratungsstelle für Schwerhörige und Gehörlose in Bern. Haben Sie Fragen? Kontaktieren Sie die Fachstelle über die angegebene E-Mail-Adresse. Wir werden so rasch als möglich Kontakt mit Ihnen aufnehmen. Dann wöchern Sie das nicht anziehen. Auch wenn Sie die Bewerbungen anziehen, noch einmal anziehen. Vielen Dank.